ich habe auch die Räder wir haben immer die Lava Lass uns sie doch mal erkunden und damit Hallo meine Bucke Freunde Bucke Nennt und bekommt eine neue Folge Hardcore wir haben alle diesmal habe ich ein Zeimer gestellt sehr professionell wir nehmen direkt danach auf aber die vorgesehen erst am Samstag und Sonntag morgen ist voll Schule mich dann wahrscheinlich auch wenn ich will dass die hochgeladen auft morgen noch nicht nur die Schule hier ich bin vor allem und ich kann es gar nicht sagen ob ich ein das neue Projekt angefangen aber nicht weil gab da habe ich jetzt momentan Schwierigkeiten mit aber falls dann hoffe ich das gefällt euch ja ja Leon wir aus dem Mann mit dem Binnenweiler bis 50 war schon ich habe ich habe mein Kopf immer in diesem ganz großen das ist wenigstens noch unten das allerdings nicht macht es dann im Video ein bisschen hoch um skalieren das ist immer geheimnislich spiele mein Kopf ohne Vollbild die Masse in diesem magischen Tricks das Video dann wir auch die Vielfalt da gibt es die Skalierung auf meinem Bearbeitungsprogramm und wir können es mir mal ein Helm geben dann wäre ich nämlich wollen das das wäre cool ähm ich habe noch ein Eisen also Helm ist nicht ja hast du dich jetzt an schon gebraten ja dann das mit hab ich mir ja ein Helm gemacht oh man Leon Redstone Redstone und alle Leute ich habe einen Kommentar wie auf mich schon bezogen und herrschte nah mal da ist ja dann kann man auch mal das kann man übertreiben man muss das heißt jede Folge mindestens einmal ein was aber Profolge ist immer auch wir hatten er sich hat man also ich und er haben uns überlegt vielleicht machen wir darauf so sind die Schilder es ist mir ein paar Menschen aus also ich könnte es machen ja aber es würde mir ein bisschen Zeit dauern das halt so als Bild zu machen weil ich muss es als Bild machen wird wir haben in unserem Bein zu uns dann so haben wir uns das dann gedacht nein weil es nicht gedacht habe ich habe mir so gedacht dass oben Hashtag namens sagen genau so wie jetzt hier das was und dann ähm da drunter es hat vielleicht so ein Lama aus mein Kopf also wenn wir hier Lama finden wir werden hier in diesem Krieg noch ein Lama für nur das Zähmeln wir müssen aber erstmal jetzt erstmal Equipment machen ja das werde ich ja verkaufen auf Spetscher als Bradshirt ja der Link wird dann in der Beschreibung sein die Lama mit einem Schockpunkt ich hätte doch noch so sehr gut von Luca abkaufen ich bin von Kontrasta B B B B er hat dann muss man ein bisschen was mit ihr und hat auch was aber was für dich hier haben viel Spaß zu gehen zu kommen ich habe schon so lange dann gebaut wo ist scheiße ja ich bin ich will die uns dann ist das ist ein wichtiger meinten der Kastler ich sage ich was hat wohl es danach gab ja dein Kopf ist auf der anderen Seite jetzt geht es gibt es mehr Leute wohl ein ich hatte gar nichts mehr um die und hier sind ja jetzt auch wenn du erst fünf Prozent hat das auch so ein Jahr ja das meinst du auch so das meinte ich letzte Folge damals die erste Folge vorletzte Folge ach ja und Prozent wenn man ganz schön wenn man die erst finden würden und es wäre schön wenn ich jetzt das Gelett dort unten wecken dürfte darfst aber nicht o er ist traurig wird aus dem Loch Lennart hat wird bei mir sein vielleicht auch noch mal schauen ich muss mal muss man sich nicht schauen was ich da so für Probleme hat bis gleich Sorge da man schaut sich nie meine Sachen an die ich mache Prozent Ende müssen wir haben wieder auf der Karte nur noch ein Bild an den Ganzen Jörn englische der unendliche Gang wie viel Eisen haben wir noch und man wollte ich versuche gerade mit den Prozent zu kämpfen und Bambam die ich sieht Gold 6 und da war ich für die Lektik werden versuchen dass nächste Woche es wieder besser wird also ab nächster Folge mal halten oder halt ein gewand nächstes Video das Video ist er jetzt hat es wäre gut wenn wir mal anders wollte ein kommt und weil man weiß noch was man hat ja ich kann ich kann eine arme Leerpastung Rund 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 ich bin so schnell in der Hand von Michael nicht mehr mit der Händel herkommen aber so ein bisschen zu die oben endlich mal A wo ist das Gold da war das Gelände letzte Folge war das Erste das ist unser Weg mit Pfosten Achtung Köln weil ich hier auch der Klamotten Schülter kannst denken wo ist die wo ist das scheiß Geli Boller und Wurzel und Wurzel in einem Rundtag die Abgrenzungen ist ein es gibt dies und anscheinend ich habe noch gar nicht mehr in den Rollen da habe ich ja auch und momentan geht zum Gold wo ist das bei dem Weg weil es nicht von der Schuhe und ich glaube aber ich sehe da nur Eisen oder ist es das Gold? Gold Posten das ist Gold ja sorry Verzauberung ich weiß ich habe das schon die ganze Zeit gesehen in Posten ich habe das eben auch gesagt ja da war man wenn ich bestimmt ankommt also war war hinter uns da hinten auch ich sehe ich sehe ich sehe komm drauf mach es mach es zu scha- ich habe hier ist Nihon ich baue das hier habe ich besorgt man kann es mit Steiner Bonde das muss ich dann aber mit Schilder abwarten war eben Kripp an der Mann und zwei Prozent und ein bisschen Licht in der Mitte nicht mehr vor Ort wer ist es kommt die Idee meint Oh Gott ich mach mal besser das Schild weg nach und sehr gut und ich bin hoch heute ich schaue ich habe schon so ein lieb alles seit alles selbst und dabei da ist er da ist er da ist er ich mit ihm warm ab wie sie Mike ich gehe mal hier hoch und leuchte dazu Höhle aus damit nirgendwo was vor sich nach der Kündigung verzaubern es war nicht viel ich sehe eisen bei mir ja ich bin hier bei dir oh Gott da mir ist Lava ich habe kein Wassereimer da unten ist Wasser und Lava Gott ich habe vor der Schraub was ist passiert das Ding ist runtergegangen der Kies Leon mach keine Kacke wir können uns zwei Eimer machen zwei Wassereimer oder wir wollen gerade schon fragen haben wir noch Stein ich sehe hier gar keinen Stein guck doch mal um siehst du hier Stein ich habe schon aber hier ist es die Riegel wir haben schon geblieben Jolo um sie nachher im Dias das ist ich dachte das ist doch ja aber mit welchem Block alle Leute wissen wie ein ganzes Leben geschnürt Leuchter oben aus nur auch Obener umgebracht weil ich hab kein Steinmeier Michael was ich habe und das kein Steinmeier da wo hast du denn hat das Skelett gedroppt ich würde die gerade schlagen okay dafür wäre ich gestorben okay ich bin runter in die Lava okay dann ist das Projekt vorbei alter erschreckt komm ich so von hinten alter ich hab sogar Feine fällt mir gerade auf hab ich gehört jetzt bleib doch da unten wenn du schon da bist aber das was sie die auch weiter bei den beiden ich hab keine Blöcke oder zu ihr was zu arbeiten ich habe schon die Kippe sie das ist nicht schau ich war es ja um die Pferd wollen wir müssen zusammenarbeiten da oben in den Einzigen treuen Schatten das gelohnt Prozent also wir können zwei einleiten machen ich habe es gleich auch nicht mehr die amal werden ich kann ich ja eigentlich so ein Weg rein dann mache ich mal und wurde das glaube ich ein ich mache auch hier einen netten Weg wir sind was das ist dann gerade fast am Ende der um dann gehen wir mal was denn ja mehr als Ende der Schloch die es nicht mehr so wie es dann haben wir ich bin dass ich noch einmal nicht habe ich gerade so ein schönes Weg gemacht mehr oder wir lassen wollen die Lava erkunden Lass uns wieder mal er kunden und geistig das war ein Test als er am Ende wenn die Leute so gedacht haben hier oben ist der Weg zu posten Leute ich habe berechnet das ist nicht gut dass ich nicht gerne mal alt hier ist der Schock Weg hier ist ein Weg sie gleich kommt hey du machst da nichts kaputt so gut dies gab auch ein aus der Beisen gefunden oh Gott Sankt mehr und von dir dass sich die halbe Zeit werden vorgemachen müssen auch aus der Ausgabe und ihre Tür ich habe nicht mehr viel Nahrung Lass uns hier einmal Lassen Sie auf die Seite gehen sagen die Warte dann gehen dort hinten sollten wir mal hier hingehen wohl so ein ach die Eisen soll schon und okay warte geht noch mehr Eisen leer und ich glaube dass sie mal so jetzt ja dann waren wir ja noch nicht ich nochmal so damit ich so ein Stern oder so so was ist hier gestoppt dann hol ich hier das Eisen und die Kohle Kohle, Kohle, Kohle und ich würde sagen wir gehen zu unserem alten Schacht wieder da wo wir zu dieser Schacht gekommen sind und bauen da weiter in eine andere Richtung ich mach grad etwas besonderes was denn schon mehr Wasser und Lava ja okay da brauchen wir eigentlich nicht wozu eigentlich was was wir können schon momentan safe game spielen oder wir haben einen Eindruck würde ich schon sagen also es geht wir haben wir haben mal gesagt was für dich auch nie doch das Wasser jetzt nicht gestoppt doch sie die Quelle noch da ja 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 du hast ein Eisen ich habe Knochenmehl ja behalten ja wie kann man Bögen noch mal reparieren Bögen plus Bögen sag ich ich baue eine Treppe der Kau ich hab dich man kann die GmbH als ich in Bad Leiter geredet um ich weiß es wird aber erst kommen gehen in die Richtung was ich war kann was machen er soll darauf gehen er wird schon sagen ich würde das ist auch nicht genau und schauen mal nach ob wir allerdings haben auch genacht haben wenn wir die hat nachfahnen meinst du also Feuerstein das feine die Schaaf 2.5 Uhr Hülle Feuerstein die Hälfte ja das mache ich dann auch wir haben noch genug Eisen, also okay, ich bin dann auf Oberfläche, warte und es ist Nacht, es ist Nacht das ist gut, das ist gut, es ist gerade Tag ja, das ist auch gut, also ich warte jetzt hier um auf den Leon und die Folge ist auch schon gleich zu Ende, also sollten wir uns immer, äh, ähnlich eingebaut ausglocken warte, ich schaue eben nach, wie lange die Folge läuft ein Dior vorgeläuft, es ist 15 Minuten ja, müssen wir gleich aufhören sollen wir noch eine gute Folge machen, also ich könnte machen ich habe ein Feuerzeug für dich ja komm hoch ich habe noch 6 Eisen für dich immer die Saat haben bei Komma eben runter, du musst eintens aus der Kiste mitnehmen ja, es wird gerade Tag, komm her du musst eintens aus der Kiste mitnehmen ja, so, ein Mensch stößt sich hier immer an das Recht in der Kraft die Krumpel, die Karte ist voll Leon wo ich habe nicht mal so viele Steini kann ich mir mal sagen, wo man ein Steini bekommt ich glaube, wir müssen dafür formen, aber wie geht es formen alter, was alles in die Droge zahlt boah, das soll ich jetzt rausnehmen nein, du sollst die Öfen mitnehmen die Kiste die Öfen die Öfen und die Kiste alles alles was hier liegt ja komm ich nimm es raus wir uns lappen ich hab hier weil ich hab nicht mehr Axt weil ich hab Axt ich hab schon naja was mit ich hab meine Wirtalspol Dankeschön ich hab was für dich ein Scherzen ich kann sie auch nehmen hier äh was uns vertrun nein die Truhen sind wichtig meinten ich habe die Gehör weißt du was was du bekommst du kriegst was ganz tolles die BIP auch einfach dein Holzschwert weg das brauchst du eh nicht mehr Eisen haben wir noch genug ja komm hier behalte es aber es ist doch du bist so ein Abo soll ich zwei Steinspil die Wirtschaft Dein Steinschwert ist nicht Lea bleibt ja ich gebe dir noch mal ein All den Dings mal ein Steinschwert aber das brauche ich nicht Hohle Hohle da kommen Leute ich nicht weil ich kenne es mit Dings mit Steinschwert es ist doch Jo da will ich sagen ich ich glaube Lapport 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 Brüner Schlinge weil ich mach ihn weil ich mache ihn die Städte Prozent muss andere wenn du mal ein hier war die Lagerung der Gäste die er machte wo er war der Mieter Nürnberg was selbst ist das Becken Loweit stand Bild Stadt B.O. ich bin irgendwo gelandet lehrt Köln so er hat es gerade war aber es ist nicht eher an Ende der Folge ich würde sagen er hat 18 Minuten kommen lassen auch hier hat ich würde sagen die Kinder schweine dort hin und du kannst irgendwas anderes und ja dann will wir die Opfer beendet in der nächsten Folge wir waren wieder mit dem Hausbau an das ist doch nicht der Dächer ein eigenes Hausbau Bats Bats wir machen uns eigene Häuser von 13 Jahre alt Markus Bats vor allem der Ziele ich sage wir bauen unser Haus direkt hier oder nein dort hier würde ich sagen ihr müsst euch mein Gott wir könnten Hühner züchten ich würde sagen würden wir gehen weg von da wo wir waren und ziehen woanders sind die Ziele und Neusten sterben Meike können Hühner züchten mehr annehmen das Essen mit dem Ding mit ich habe selber Platz ab Platznot hier war das Schmeiß die Setzlinge alle weg okay oder die Platzieren die am besten Platz Batschall Eier Batschall Eier Batschall Eier Batschall Eier mehr und wir können das machen ja das und hier ist eine Höhle war die wichtig bei ihm ja wenn du bekommst das ich bin ich bin vorgesehen ich bin mein Holz Schwerzweck ich mache ich bin ich bin sagen ich bin ich bin aber ein das Heuerschwert müssen wir als Andenken sein machen in den Rahmen und dann steht da drin das erste Schwindheits wir an so einen neuen welcher neue Idee für einen Märchen da ist das erste Schwert Hardcore 2 weil er das ist jetzt im Moment aber hätte ich in der Masse Hersteller ich denke das heißt er hat aber muss ein bisschen Werbung machen für den bald er meint das tun weiß ich bin ganz oben auf dem Berg auf den Schneeberg wie der es jetzt auch so schnell hier haben leider hier und um ein Gott ich hab' ich hab' der Mann mit dem was er hat 20 Minuten das ist okay ja kommst du bitte her ich bin aber bei ihr jetzt auf dem Schneeberg ja ich auch ich habe auch hier was ich weiß gar nicht nur noch ein paar Jahre Werkband gemacht ich habe jetzt so ein ganz vieles so kommst du und ich gibt es ich habe so vieles Eier ich habe gerade 60 ich habe über ein Steck also ja es ist hier hast du Glück jetzt noch mal ein wer du bist du eigentlich kommt auf den Schneeberg ganz oben drauf da kann auch wieder Ende der Folge ich in die Hälfte wenn uns nicht mehr hier und wieder mit einem Ort ist eine Korinther Posten Prozent Kordi 436 Euro und mit der anderen Spiele ziehen und bis 314 ich glaube jetzt steht mit sogar hier noch die Hühnerzender Komisch Prozent eigentlich nur X es als er ist Aarland aber es gibt ja hier sind ganz viele Sachen essen und so ich würde sagen wir haben die Folge dann hier beendet das nächste Folge machen wir dann Hausbund in die Höhle die ich entdeckt zu machen erst mal Höhle erst mal wenn wir jetzt haben nachdem wir jetzt haben noch hier haben wir Sachen ja es noch mal ein paar das noch mal war es hier sind ja die Hürden auch auf Stimmen die Hürste auf die Köln schon mal ein Tier annehmen die Hürden die Hürden soll er aber war zu lehren die Anilien wenn ich sagen wenn es euch gefallen hat dann gibt es die Post Bewertung dann machen wir hier mal ein Spiegel damit unsere Mikro und war mehr ich nehme mich aber es ist lieber so haut rein Leute bis zur nächsten Folge und tschau Leute